Was geht ab Freunde und herzlich Willkommen zu dem neuen Video und heute wird es richtig abgehen, Leute, wir haben heute Silvester, wir sind hier in Tschechien, in Dejin, film mal bitte die geile Location ab. Wir sind hier an einem See, an einem Fluss, ich weiß nicht wie man das nennen soll, hier ist ein schönes Schiff, eine Brücke, es knallt auch schon ordentlich im Hintergrund, hier oben sieht man noch irgendwie 2019, also noch ist es 2019, aber bald nicht mehr. Wir haben jetzt 18 Uhr, Leute und wir testen heute alles, was es im Kaufland in Tschechien zu kaufen gab und zwar alle möglichen verschiedensten Batterien, alles richtig Premium Feuerwerk, Leute, ihr könnt euch so auf dieses Video freuen, ein richtig fettes Video, Leute, Daumen hoch für dieses Video, ohne Witz, bei dieser Location, das wird einfach nur mega fett, ich freue mich so hart, ohne Witz. Wir haben jetzt hier verschiedenste Bombenrohre, 6er Pack hier am Start, dann haben wir hier hinten noch ein 4er Pack Bombenrohre, die müssen wir dann einfach mal miteinander vergleichen, dann haben wir hier jetzt verschiedenste Batterien, die Lovec, eine Fächerbatterie, hier, ich kann es gerade über Kopf nicht lesen, aber ihr könnt euch ja selber mal so einen Überblick hier verschaffen, hier noch eine richtig fette Supershow 6, ne Supershow, sorry, es gibt die deutsche, die heißt Supershow 6 von Jörge, hier unten haben wir noch einen richtigen Brocken, Alter, die Magnum, 40mm Bombenrohre da drin, Leute, es wird einfach nur übelst fett, hier haben wir noch ein paar Böller, die es im Kaufland zu kaufen gab, eine Fontäne und auch noch ein Raketenset und zwar das Pyromix, hier seht ihr es und ja Leute, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit diesen kleinen Böllern hier an, mega peter, da hinten werden auf jeden Fall feinste Blinkbälle ausgetestet und Leute, wenn ihr so diese Art von Video nochmal mit einem Video mit dem ganzen Feuerwerk von Lidl sehen wollt, gebt mal einen Daumen hoch, Leute, wenn wir die 5000 Likes auf dieses Video knacken, kommt direkt das Video mit dem Lidl Feuerwerk, auch wieder in dem gleichen Format, auch an dieser Location und wir beginnen jetzt einfach mal mit mega peter da, mal schauen, ob die Blitzklar haben Oh ja, also für die Größe, Leute, ordentlich So und jetzt nehmen wir uns alle raus und formen einen kleinen Kreis So, let's go Leute, 10 Stück auf einmal Feinste kleine Blitzknallböller, bockt auf jeden Fall So, was haben wir jetzt? Wir haben noch dieses Raketenset, wir machen jetzt mal die Santorin, nicht Santorini, sondern Santorin Eine kleine Fontäne, bin ich mal gespannt, was da so rauskommt Let's go So ... ... Geil! Los! Hör mal diesen Rauch! Geil! Feier ist ein Böbelstier, aufs Kold loszulegen! So Leute, jetzt machen wir uns an das Pyromix Raketensortiment. Da unten haben wir noch unser Abschussrohr. Das stecken wir am besten mal direkt hier. Nein! So, wir tun mal alle Raketen hier vorne hin. Geil! Ich liebe es, Junge! Und jetzt gibt es die erste Rakete aus dem Set. Boah, der Schall bei der kleinen Rakete ist schon mal heftig. Und wir machen jetzt mal die rote Rakete. Ich will gar nicht wissen, wie der Schall jetzt hier ist bei den fetten Dingern. Und die Leute am Schiff können sich auf jeden Fall jetzt schön amüsieren. kostenlose Show. Nice! Raketen übers Wasser schießen, Leute. Wer hat Bock? Einzel-Chat. Jetzt machen wir die grüne. Jetzt machen wir die grüne. Ja, nöderlich. Alter, geil! So, jetzt geht es weiter mit den mittelgroßen Raketen. Und zwar die hier. Jawoll, Junge, das macht Bock, Alter. Jetzt die grüne. Bisschen noch schräger, Alter. Jetzt machen wir die dicken Raketen. Die grüne oder die rote. Such dir eine aus. Genau. 20 Gramm Raketen. Sind tatsächlich ein F2 eingestuft. Die ist ein bisschen arg schräg geflogen. So, jetzt die grüne. Jawoll. Oh mein Gott. Also die ist sehr, sehr schräg geflogen. Machen wir jetzt mal die rote nochmal. Direkt aufs Schiff. Ich hoffe nicht. Geil. Jetzt nochmal die grüne hier. Die fette hier. Ah, und da hinten ist noch eine mittlere, die wir noch nicht gemacht haben. Genau. Schöne Raketen mit ordentlich Wumm. Ich muss nur sagen. Ja, Mann. Und dann jetzt nochmal zum Schluss hier die Silber, ne. Die hatten wir nämlich noch nicht. Die mittelgroße. Die mittelgroßen fand ich irgendwie sogar besser als die großen. Schönen. Ja, leider unscharf, aber es war nichts spektakuläres. No crack no. So Leute. Wir haben eine riesen Auswahl. Mit was wollen wir beginnen? Wir beginnen einfach mal, würde ich sagen, mit der Sexy Vozzi. Ja, was meint ihr? Ist die sexy? Eins, wenn nicht zwei. Äh, ich weiß nicht. Ist glaube ich nicht mein Geschmack. Das ist aber schon eine etwas ältere. Hier sehen wir nochmal ein wichtiges Brügel von ihr. Die Vozzi. Genau. Lass die mal ins Gras am besten stellen. Irgendwie hier so. Genau. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Sexy Vozzi. Nichts hier. Danke. Jawoll, Ska, Junge, geht los hier, sagst du? Sexy, also jetzt war es so sexy, hat sich geändert. Mir ist gerade aufgefallen, wir hatten in diesem Set hier noch den Vulkan und den Vogel. Dann können wir jetzt erstmal hier den Vulkan machen. Aber warte, wir hatten jetzt zwei, hier ist der andere. So, machen wir beide auf einmal. Okay, das war es schon, hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. So, und dann haben wir noch die zwei Sonnenvögel. Genau, die können wir auch auf Schlag beide machen. Der eine ist echt sehr, sehr schräg geflogen. Okay. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal mit den Bombenrohren weiter. Wir haben jetzt hier einen 6er Pack und hier einen 4er Pack. Und ich würde sagen, wir vergleichen die jetzt einfach mal. so im Optischen, hier haben wir einen von dem 4er Pack, hier haben wir einen vom 6er Pack. So vom Optischen ist auf jeden Fall der aus dem 6er Pack fetter vom Kaliber her. Ich würde jetzt sagen, das hier ist 35 Millimeter und das sind 40, 45 Millimeter. Ich glaube 50 sind es nicht ganz, es müssten 45 sein. Steht jetzt aber hier hinten auch nicht drauf. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem 4er hier, Viktor. Schon geil hier. Viktor Cisic. Okay, sogar mit Nachname hier. Jetzt zeig mal, was du drauf hast, Viktor. Achja. Doppelschlag sogar. Okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was hier rauskommt. Das ist jetzt hier der Spartacus. Das sind jetzt die dickeren. Boah. Also vom Zerleger her eindeutig wuchtiger. Vom Bouquet her ungefähr gleichwertig, würde ich sagen. Machen wir jetzt mal hier den Cihardlo. Wieder so eine Biene. So, hier sind sie, die beiden vereint. Dann würde ich sagen, let's go. Boah. Jawoll, Junge. Krasse Dinger auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt mal hier den Alien. Ich stelle ihn jetzt einfach mal so. So, das Ian. Schönes Bombenrohr. Machen wir jetzt mal wieder so einen Vierer. Mal gucken, ob das wieder ein Doppelschlag ist. Wie nennt er sich hier? Sonja. Die Sonja. Okay. Gucken wir uns die Sonja mal noch mal kurz an. Ei. Wär ist hübscher Sonja oder Wosi? Ich find die Wosi. Hallo. Ich hab die Schuhe. Ich hab die Schuhe. Ich hab die Schuhe. Ich hab die Pfeu-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi. Und dann oben Doppelstahl, also die gefallen mir echt gut. Machen wir mal direkt den nächsten und zwar den, schon wieder den Viktor, okay. Haben wir jetzt hier wieder die Sonja? Tatsächlich, ne, doch, Red Sonja. Was das jetzt mit Red zu tun hat, frage ich mich. Aber, komm, machen wir mal die Sonja nochmal und den Viktor auf einmal. Hohoho, nice man, nice man. Ich merke schon dann hier oben Zuschauer, die feiern es auf jeden Fall, so wie ich. Wir haben hier Dracula, den Drop, okay. Was haben wir hier noch? Den Silenge Max, den Silenge Max, okay. Und, ja, die drei probieren wir jetzt auch mal auf einmal hoch zu hauen. So, let's go. Drei Stück auf einmal. Heftig, heftig. Heftige Dinge. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter mit der Loweck. 25 Millimeter sind das, soweit ich weiß. So, viel Spaß. Loweck Batterie aus dem Kaufland. 25 Millimeter, 25 Schuss. 25 Millimeter... Jetzt machen wir die nächste Batterie und zwar die von Pyroco, das ist eine sehr bekannte Marke hier in Tschechien, die vertreten eigentlich alle Discounter und ja, ich glaube die hat auch 25mm, die hat sogar glaube ich 30mm, ne das sind 25mm, ok, bin ich sehr gespannt wie die jetzt reinhaut, also die hat echt gerade schon ziemlich reingehauen, Los geht's mit der Diabolo Diaboliga, viel Spaß So Heftig, geile Scheiße, es macht einfach mal übelst Bock hier über diesen Fluss hier zu ballern und wir haben noch ein paar Batterien vor uns und die sind alle ziemlich heftig, eigentlich alle heftiger als wir gerade bis jetzt hatten und wir machen mal eine Fächerbatterie und dann machen wir jetzt hier die Luzipa mit einem fetten Dracula vorne drauf, äh Teufel, sorry Junge, ich krieg diese Fächer überhaupt nicht auf Kamera, das sind solche dicken Zerleger, meine Kamera kriegt dies trotz Weitwinkel einfach überhaupt nicht drauf, völlig crazy jetzt haben wir hier Rocket Fire Exklusiv, auch wieder mit einem Fächer dabei, das heißt wir müssen die so hochkant schießen, da die Fächer so nach links und rechts gehen genau, dann machen wir es mal auf in den Kasten hier den Müll werden wir nach dem Video auf jeden Fall wieder entsorgen, das ist natürlich klar, da sind uns solche Assis, die uns hier liegen lassen alles klar, gehen so rum und dann zünden wir an das Ding, sehr sehr gespannt und jetzt komme ich jetzt erstmal an das Ding, sehr gerne an das Ding, sehr gerne an das Ding, so rum Untertitelung des ZDF, 2020 Also die Schussfolge hätte einen ganz kleinen Ticken schneller sein können, aber sonst auch eine mega heftige Batterie. So, wir haben jetzt noch vier fette Batterien vor uns. Zwei dicke Fächerbatterien, die Lovely Dragon, die Super Show, dann am Ende den fetten Magnusbrocken und die To-Torian. Alles klar, so dann beginnen wir mal mit der Lovely Dragon. Schöne Fächerbatterie, ich gehe mal von aus. Ja, war auf jeden Fall heftig, so im Vergleich zu deutschen Fächerbatterien ist die auf jeden Fall richtig gut. Aber da fand ich die Luzipa jetzt schon mal so als direkten Vergleich besser. Und dann geht es weiter. Drei Stück haben wir mal. Haben wir noch. Und wir machen die To-Torian jetzt mal. Im Karton. Fettes Ding. Richtiger Klotz. Let's go Leute. Torian, die drittletzte Batterie. Viel Spaß. Torian, die drittletzte die하推 Jawoll, der Junge. Er kommt jetzt gleich. So, Thorian war die drittletzte, auch eine super Batterie meiner Meinung nach, jetzt kommt die Supershow, mit Abstand auf jeden Fall die dickste Fächerbatterie, die wir jetzt hier im Angebot haben, dann hau mal raus, geil Leute, ihr müsst hier live dabei sein, das ist einfach nur geil. Eita! Wir nehmen hier komplette Schienen auseinander, Alter, was geht hier ab? Oh, wir haben eine Auto-Alarmanlage ausgelöst. Die Magnus-Batterie, 45mm, oder ich glaube 50mm, 40mm, ne, das ist das nicht, 40mm Dreikühl, ich weiß nicht wie viele Millimeter, das hat, ich denke mal 50mm Brocken, Magnum Pyro Collection, hat 40 Euro gekostet vom Kaufland, ich glaube die haben sich gelohnt, ich gehe stark davon aus. So, dann hauen wir das Ding mal an hier. Die Final-Batterie, 40, 50mm sind es. Let's go! Look at das Ding mal so gut! Okay, jetzt meinst du schon mal mit. Okay, komisch! Okay, so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Haut rein und ciao!